Hey Leute, ich bin's Theorven von Gaming-Schule.de und heute ist ein ganz besonderer Tag und ich sage euch jetzt auch warum. Ich sitze hier nämlich gerade auf dem Noblechess Epic in der PU-Variante. Ihr seht hier den Noblechess Epic in der Echtleder-Variante, den ihr aus meinem Test kennt. Und das hier in der Mitte zwischen uns, das ist der Noblechess Epic in der Black Edition. Die Black Edition ist jetzt heute ganz neu rausgekommen und ich habe sie schon mal hier im Test für euch. Und ja, was macht denn die Black Edition überhaupt aus? Es gibt einige Material-Upgrades, einige Optik-Upgrades und das allergrößte Upgrade überhaupt ist der Sitzbezug. Denn dieser Stuhl ist dann mit einem Kunstleder bezogen, einem neuartigen, einem Mix aus Vinyl und Polyurethan. Er hat aber so ziemlich die Eigenschaften eines Echtleders, ohne dass ihr dafür dann direkten Vermögen mehr bezahlen müsst. Denn ja, das ist ein in Deutschland produzierter Sitzbezug, der übrigens auch in so einem edlen Matt-Finish kommt und sehr, sehr gut aussieht und eben atmungsaktiv ist, wasserdampfdurchlässig ist, er ist sehr robust und fühlt sich nebenbei auch noch verdammt gut an. Also wirklich, wie gesagt, ein Bezug, der mit einem echten Leder vergleichbar ist, trotzdem aber ein Kunstleder ist und damit preiswert und komplett frei von tierischen Produkten. Zur Black Edition. Ich habe jetzt zwar den Noblechess Epic hier, aber die Black Edition, die gibt es für den Epic, den Icon und den Hero. Also die ganze Noblefamilie hat dieses tolle Upgrade bekommen. Wenn ihr es haben wollt, die alten Versionen wird es weiterhin zu kaufen geben. Was ist aus dem Neu? Ich habe davon gesprochen, dass es ein paar optische Upgrades gibt. Wir haben nämlich zum einen diese Gurtlöcher, die sind jetzt nicht mehr aus schwarzem Kunststoff, sondern aus Kunststoff in Metallic-Effekt. Wir haben außerdem die neuen Armlehnen des Heroes, jetzt bei allen Modellen der Black Edition. Das heißt, wir haben eine neue Armlehnenauflage, die noch mal ein bisschen weicher ist als die alte, besser aussieht und vor allen Dingen eine Metallkonstruktion hat. Man hört es auch, wenn man sie benutzt. Das Innenleben dieser Armlehne ist aus Metall. Das sorgt natürlich für eine bessere Qualität, bessere Materialqualität. Wir haben außerdem den Hebel zur Verstärkung der Rückenlehne. Der besteht jetzt auch aus Edelstahl und bei den Armlehnen natürlich die Knöpfe sind aus Edelstahl und das Fußkreuz ist bei dem Epic genauso wie beim Hero und beim Icon jetzt ein pulverbeschichtetes Aluminiumfußkreuz, das auch optisch noch mal einiges mehr hermacht. Insgesamt hat Nobicez hier eine sehr, sehr coole neue Version vorgestellt, die ich euch jetzt mal im Detail zeigen möchte. Ich stelle euch jetzt die Unterschiede zur alten Epic-Version vor. Es gibt da weiterhin noch beide Epics. Wer nach einem Epic-Test sucht, bitte einmal unter Video gucken. Den Epic an sich habe ich schon getestet mit allen seinen Funktionen. Ich konzentriere mich jetzt lediglich nur auf die Unterschiede im Vergleich zum Vorgängermodell. Wir haben nämlich zum einen hier wie gesagt das pulverbeschichtete Aluminiumfußkreuz. Das sah vorher hier noch so aus. Da haben wir nämlich ein Stahlkreuz gehabt, das optisch im Grunde genommen auch nicht schlecht aussieht, aber vielleicht ein bisschen weniger hermacht als die neue Version hier. Dann gehen wir weiter hoch zu den Armlehnen, die ich euch zeigen möchte. Wir haben hier, man sieht es schon, viel Metall verbaut, hier oben auch. Und auch wenn man die Armlehnen benutzt, man hört im Inneren das Metall. Also von innen die Konstruktion ist jetzt aus Metall, was sicherlich dafür sorgen wird im Vergleich zu einer Kunststoffarmlehne, dass diese auch wesentlich länger durchhält. Wir haben zum Beispiel hier nämlich noch die Kunststoffversion und in der Black Edition bei allen Modellen, den Icon, dem Hero und dem Epic haben wir eben diese neuen Metallarmlehnen. Wir sehen auch hier schon direkt den neuen Metallgriff für das Verstellen der Rückenlehne. Die lässt sich ja nach hinten verstellen, wenn man möchte. Man kann sich ja dann ja auch schön da hinlegen. Und ja, das war vorher eben auch Kunststoff und ist jetzt Edelstahl. Und was eben noch dazu kommt, ist hier zum Verstellen der Armlehne ist hier jetzt auch ein Metallknopf. Also die Parts an dem Stuhl, die man anfasst, die sind jetzt aus Metall. Und das macht natürlich für das Gefühl, für die Haptik einen Vorteil. Und dann das Herzstück der Neuerung ist natürlich der neue Bezug. Also wir haben hier jetzt diesen neuen Bezug, der aus PU und Vinyl besteht. Also ein neuer Materialmix, der eben dampfdurchlässig ist. Und für die, die in Dachgeschosswohnungen wohnen oder die allgemein zu großem Schwitze neigen, sie brauchen sich jetzt hier keine Sorgen mehr machen, dass es ein Kunstlehrer ist, dass dieses Kunstleder atmet. Und es gibt auch Analysen zu, es atmet sogar ziemlich ähnlich wie tatsächlich echtes Leder und steht in seiner Eigenschaft, dem Echtleder, eigentlich in so ziemlich nichts mehr nach. Wenn man jetzt mal vergleicht, ich habe ja hier den Epic in Echtleder. Auch vom Gefühl her. Echtleder zeichnet sich dadurch aus, dass es angenehm weich ist. Und das ist hier auch der Fall. Was ich vor allen Dingen ganz besonders finde, ist, dass dieser Bezug in so einem matten Finish verarbeitet wurde und dadurch wirklich extrem edel aussieht, sich anfühlt und durch die Atmungseigenschaften auch einiges an mehr Komfort bietet. Wir sehen natürlich wie gewohnt, die Verarbeitungsqualität ist absolut die gleiche. Der letzte Unterschied ist hier oben bei den Gurtlöchern. Wir hatten jetzt vorher bei der PU-Variante, genauso auch wie bei der Echtleder-Variante, diese Gurtlöcher eben in dunklem Kunststoff. Also eigentlich unscheinbar, aber völlig in Ordnung. Und wer noch ein etwas edleres Design haben möchte, nimmt dann eben den Epic in der Black Edition, denn hier sind die Gurtlöcher in einem sehr, sehr schicken Metallic-Look. Kommen wir zum Fazit und meiner abschließenden Einschätzung zur neuen Black Edition von Noblechairs. Bei dem Stuhl bleibt natürlich alles in Sachen Funktionalität wie gehabt. Wir haben ja weiterhin eine Knie-Wit-Mechanik, wir haben 4D am Lehnen, aber wir haben eben ein paar neue, sehr coole Upgrades, auf die ich auch lange gewartet habe. Denn bei Noblechairs ist jetzt eine längere Zeit nicht so viel passiert. Es gab immer wieder neue Editionen mit neuen Designs, aber in Sachen Funktionalität gab es jetzt länger keinen Upgrade. Und jetzt hat Noblechairs mal wieder so richtig einen rausgehauen. Denn wir haben hier zusammengefasst nochmal einen neuen Bezug, der in Deutschland produziert wird, der dampflüschlässig ist, der abgungsaktiv ist, der robust ist, von dem wir lange was haben werden und der den Stuhl einfach ungemein aufwertet. Wir haben neue Armlehnen, die in Sachen Haptik durch die Metallgriffe und die Metallkonstruktion auch einiges mehr hermachen. Wir haben neue Optik-Upgrades, unter anderem eben durch das matte Finish des Bezugs, durch die neu designten Gurtlöcher und das neue Fußkreuz, das vorher nur der Hero hatte und jetzt eben die ganze Nobelfamilie benutzt. Was mich eben freut, ich bin ja sehr viel in meinem Livechat aktiv. Wenn ihr auf meine Seite geht, da habe ich ja ein Livechat als Beratungsfunktion und ihr könnt mir E-Mails schreiben und Kommentare schreiben. Und ich berate euch ja gerne, welcher Stuhl für euch passt. Und ich habe sehr, sehr oft Leute, die sagen, sie sind bei Kunstledern ein bisschen skeptisch aufgrund der Atmungsaktivität. Und diese Skepsis, die ist jetzt vollkommen verflogen. Und das Schöne ist, der Bezug ist auch noch lösungsmittelfrei, ist in Deutschland produziert und eben eine nachhaltig produzierte Ware. Also unterm Strich kann ich euch den Kauf der neuen Black Edition, sei es Epic, Hero oder Eike, nur ans Herz legen. Denn ich finde, diese neuen Upgrades sind sehr, sehr gelungen. Ich empfehle euch auf jeden Fall auch mal auf meine Website zu gehen, auf www.gaming-stuhl.de. Ihr seht den Link zum Test der Black Edition unter dem Video. Was ihr da lest, wie gesagt, es ist zwar der Epic, aber die Neuerungen betreffen den Epic, den Icon und den Hero. Also was ihr da zu lesen habt, das bezieht sich auf die ganze Noblechats-Familie. Ihr seht dort nochmal Bilder, Informationen, ausführliche und natürlich Angebote, wo ihr den Stuhl kaufen könnt. Also guckt da unbedingt nochmal vorbei, auch wenn ihr nach dem Test sucht, nach dem allgemeinen Test zum Epic oder den anderen Modellen. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.